aber die kenne ich zum beispiel noch nicht kürze verknappung okay die ich dachte das wäre jetzt die eine noch gewesen gegen lukey ja dann soll man mitspielen ist gut ich zeig dir jetzt sieben lastwagen du zeigst mir dafür bald sieben brennende fracks abgemacht okay das war also lkw zerstören so wie ich das keller so heli raketenwerfer wie auch immer ich habe die haben auch schon gemacht ja ich kenne sie melke wies würde die muss wahrscheinlich am links zerstören aber gut wer gibt dich zum maibatsu werk ja probieren das ist ja du hast du hast ein auto halt ja ich habe sogar das gemacht ich habe jetzt komplett verlaufen aber der meint mit dem auto abschauen zu müssen oder sonst irgendwas hier schon der erste lkw das ding ist wir können nicht helfen ich kann hier nicht ausschließen was im ding du wirst sogar getroffen in dem teil alter ist der schlechter als der er ist heute zerstört die zwei hier hinten war ich hinterher die effektivste methode gerade nein hinter mir habe ich ein hinter mir habe ich gesehen gut dass wir kein zeitleben mit haben der ist rausgesprungen warum springt man ja bei voller fahrt raus aus dem auto weiß ich nicht jetzt wahrscheinlich zu langweilig langweilig mal so jetzt fehlt noch zwei ne hat sich den links geholt jetzt hier was im geschütz geholt ne in derzeit schon hat er sich geholt ok naja trotzdem die 3d hole ich mir noch oh dann soll er das so machen was steht denn der nix lkw hier rechts muss der irgendwo stehen da steht der mal meine güte ver Blin! Ah, was ein Held. Scheiße. Ich mach das jetzt anders. Warte mal. Alter komm ich nicht hoch. Scheiße. Weil die gerade ziemlich auf uns schießen. Ich krieg ihm auch gerade ordentlich was ab. So. Ich will hier. So langsam ist mir gut. Du sitzt aber noch am Auto, ne? Ja. Ja. Er ist tot. Ja. Scheiße man. Du bist gestorben. Vor allen Dingen bin ich jetzt wieder schuld, dass wir das verloren haben. Du bist gestorben. Ja sowas ist halt ärgerlich. Wenn der dann am Ende im drinnen ist, der hat nicht viel gebacken bekommen. Am Anfang. Ich hab ja relativ viele noch geholt von den. Willst du das nochmal nur machen? Nöööö. Okay. Ah genau. Du nimmst die Rufschau mal alle Zelle befördern. Ja gut. Okay. Das ist die Mission. Dann hab ich auch richtig gehabt. Äh. Was willst du machen? Das ist Meth-Bötchen. Meth-Bötchen. Ja die ist cool. Eigentlich die Mission. Ich kenn sie schon. Da ist er wieder. Le-King-Lukie. Na gut. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Ding steht hier hinten, hinter der Kurve. Ich weiß noch nicht, wie viele Feinde da jetzt noch rumstehen. Also einen habe ich schon mal weckt, einen Wachmann. Ich gehe davon aber aus, dass das Ding irgendwie noch bewacht ist. Ja, sind die Sklaven. Ein paar weg jetzt. Der ist tot. Ich glaube, bis jetzt sind alle Wachen weg. Die dürfte alle erwischt haben. Einer noch. Einer noch? Sehe ich nicht von hier. Ich habe ja schon drei oder vier mitgenommen. Ja, stimmt. So, Boot ist alleine. Gehst du noch mit, oder? Ist sehr schön, ja. Dann wäre es nicht so langweilig. Na ja, mein Gott. Ja, ich habe es gesehen. Oh, der ist sogar stehen geblieben, extra, der Typ. Na ja. Um mir mit dem Platz zu machen. Wo ist denn das Mefflabor? Muss ich da um die Insel rum, oder was? Äh, warte. Äh, nein. Eigentlich nicht komplett drehen. Und durch den Kanal durch. Quasi. Hier. Markus links rüber. Komm jetzt zurück. Quasi wieder da, wo der hergekommen ist. Wir müssen durch diesen Kanal da durch, weißt du. Quasi hier durch diese schnellen durch. Weil du musst in der Alamo See. Ach, hier, wo die Brücke ist, da durch. Ja, ja. Genau. Wie gesagt, im Alamo See ist sie. Auf der Innenseite. Ja. Hi. Ich hab mich ein. Ich hab mich ein. Ich hab das fast erwartet, dass jetzt ein Gegner kommen. Nein! 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 Ich helfe dir gleich, warte. wäre horrekt, dass wir hier die Gegner weg weil dann kann man das Auto das mit dem D die Idee ist das Ding mit dem Auto reinzuschieben ja okay weil ich wollte den jetzt das Boot wieder mit dem Transporter reinschieben ins Wasser das war scheiße, gelaufen ach man machen wir, was machen wir ähm keine Capture jetzt nicht mit drei Leuten sag mal hier Extraktion, was ist das ist auch Gegner Modus du gehst in freien Modus? ja dann sind wir halt zumindest was ist denn erst mal los was ist das was ist das was ist das was ist das ein zu lange werde ich eh nicht mehr machen das ja wir haben jetzt schon wieder ein bisschen was getan heute dann machen wir so es geht ja es geht ja morgen weiter quasi dann für uns also quasi mit nächster übernächste Folge geht es dann äh wieder auch mit den Heißzweiten also dann sind wir wieder ein bisschen komitiert noch eine würde ich sagen und dann haben wir mal Feierabend genau eine noch und dann ja dann haben wir ein bisschen was getan und dann haben wir dann auch noch ein bisschen was getan die sind die wenn die 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 Machen wir mal noch ein Klassiker. Klassiker? Ja. Wohl Spaß, was du das hast.